Hallo ihr Lieben bei kinder.de. Ich bin Heike Makatsch und ab dem 22. März springe ich in Peter Hase als seine Hasenschwester Flopsy durch die Kinos. Schaut euch den Trailer an und macht beim Gewinnspiel mit. Wir sehen uns im Kino. Erinnert ihr euch noch, was Papa immer zu uns gesagt hat? Geht niemals in McGrathers Garten. Und er hat auch immer gesagt, keiner ist schlauer als ein Fuchs, also trickst ihn mit seiner eigenen Schlauheit aus. In London wird Ungeziefer gejagt und ausgerottet. Schnapp! Was passiert hier? Und das ist erst der Anfang. Hasen, lauf! Wird Zeit, dass wir uns unseren Garten zurückholen. Benjamin? Ha! Lauf weg! Ja! Hasen sind perfekte Geschöpfer. Sie werden dir ans Herz wachsen. Das war der Klassiker. Es ging blablabla. Ja! 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 Ja!